Also in drei Wörtern ist schwierig, weil jeder Kunde anders ist, jeder Kunde seinen eigenen Geschmack hat, auf den wir natürlich auch eingehen wollen. Mein Stil ist sicherlich ein harmonischer, das heißt ich achte darauf, dass Materialien, Farben, Oberflächen, aber auch Formen harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Harmonisch muss aber nicht immer heißen, dass man schwarz, weiß oder grau, beige, also Naturtöne quasi kombiniert. Das kann ruhig auch mit Farben in Kombination sein, das heißt Farben, die zueinander abgestimmt sind oder in Kombination mit Naturtönen fungieren oder auch in Formen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber die Lebendigkeit, das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist, den kann man ruhig reinbringen. Der dritte Punkt ist definitiv die Funktion, also die Funktion, dass es praktisch ist. Also was auch immer das Gesamtkonzept ergibt, es muss auch eine praktische Lösung geben, dass man wirklich drin wohnen kann und den Raum auch nutzen kann.